Ähm, das ist... Weiß ich ja nicht, oder? Weil ich trotz Hunger So ein fucking Krieg der Weltending Ja Das darf doch nicht... Ziemlich krass, 17.600 Erfahrungen für den Boss Ich verlasse dich... Wie das war? Wegen dem random Ding Hahaha Ich hab mich schon gewundert Warum danach noch so eine kleine unbedeutende Zahl aufbaut Immer auf die Seite Und ich denke mal meinen Fehler, ne? So, wie viel haben wir gekriegt? 100.000, 100k In 20 Minuten Macht pro Stunde 300k Ja Dann werden wir noch so 70 Minuten einleveln Das ist nice Na, müssen wir wieder aufs Cubby warten Hm Sind schon 242 4 GB Parts Macht Insgesamt Insgesamt 968 GB Für diese Session Tja Gute Gute Kapazitäten Na Welche Belohnung? Warum steht das denn nicht? Warum denn nicht die Höhe? Ach, meine Bündkässele könnte ich jetzt gar nicht drauf Ich hab ihn jetzt mal gefrügt Ich hab ihn immer geworfen Marankuft Ja, Marankuft Das war's. Das war's. Gleich level up, dann gibt's auch ne neue Inni, denke ich. Meine Güte. Da bin ich ja. Wachs überwenden. Ich bin Nacko, oder? Wir haben 100.000 gemacht in 20 Minuten. Sehr akzeptabel im Vergleich zum anderen Ding da. Ja, genau. Ja, auch hin und auch in eine Kripte. Kripte. Ich nehme aber noch mal den Mana Gruft für mich an. Zufällig, da kann tatsächlich der Blutkesselbar rauskommen. Da bin ich jetzt gar keine. Nehmen wir noch mal den Gruft. Da kann ich so rum. Da kann ich so rum. Oh, die Kabel ist hier. Ja. Man kann sogar aus den Panzern die MGs rausnehmen oder reintun. Das ist geil. Oh geil. Mit so nem Panzer, der übelts ausrüst ist, dann wird er gecrashed. Ja, mit nem Panzer kann man maximal drei MGs haben. Vorne, hinten und auf dem Turm. Oh, wie übel. Und dann verbessert sich halt auch die Sicht, ne? Ja, die wichtigste Waffe des Panzers ist ja sein MG. Ja. So ist es effizient. Wo kriegen wir jetzt nach Erfahrung, ja? Grind. Ja, wirklich. Weiß wo question. Sanger Marsche? Ne. In Shergard. Ja? Führ uns dahin. Ich führ uns dahin. Ich führ uns dahin. Ich weiß nicht, ob's da jetzt gewesen ist. Ja, eigentlich müssen die bei diesem Tunnel sein, ne? Da kann man raus. No. Oder hier irgendwo. Morgen. Ich erinnere mich auch, dass man diese Drachen hier, diese Chimären, naja, haben muss. Uh, jetzt geht's los. Hm, Eis runter geschlungen. Eis runter geschlungen. Hm, 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 hm. So, mal sehen wie viel das bringt. machen. Haben wir die schon mal gemacht? Ja. Dann kenn ich die. Ja. Du musst nur sicher gehen. Meinst du, man kann, wenn man so psychisch kaputt ist, Halluzination in-game haben? Wenn ein MPC so Sachen sagt, das ist nie gesagt. Das ist gar kein MPC. Das ist ein Mensch-Paul-Hardin. Naja. Kleines Agro-Bugieren wir die ganze Zeit. Eigentlich ist die andere. Das ist nicht schlimm. Aber ich frag mich, warum einer aus unserer Party hier nicht kommt. Oh mein Gott, so gut. Was ist denn das gewesen? Was hat er denn sein gewesen? Was? Was? Negativ. Ja, es kann sein, dass einer tatsächlich vielleicht in meinen Rücken geschlagen hat. Vielleicht doch mal so viel Damage irgendwie. Boah, das war ganz überraschend. Scheiße. Da hat er mit dem Auto mit 950 Damage gemacht. Scheiße. Das hätte nicht passieren, du. Was mit diesem Druiden? Wo ist der? Der ist unser Top-DBS. Der ist unser Top-DBS. Alright, welches ist nur die Kruft? Wir sind... Wir sind... Wir sind aus Norden. Tut mir leid ist, wenn so eine Gruppe so gefasst hat. Das ist nicht deine Schütze, ich hab dich ja auch nicht schielen können. Warum denn? Warum denn? Ja, das würde ich glauben. Nein, Cool Dawn wäre noch drin gewesen, aber es hätte mir nur so kurz zu Hause auf die oder so gegeben. Fraglich. Schau mal aus. Opa. 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 oder ich würde dir gerne mehr über Spiele erzählen, ob schon alles rausgekommen, voller Vorfreude. Erste Hilfe, die glauben die Soldaten auch, aber am meisten Begegnungen überleben sie eh nicht. Zitat, Realist muss gerade spielen in einer eigenen Liga und es nicht nur weil es unterschiedliche Munitionstypen gibt oder Infanteristen im Geos-Effekt und Panzern werden können. Nein, jeder Soldat steckt nur wenige Schüsse weg und Artillerie durch ganze Armeen binnen Sekunden aus. Boah, scheiß Artillerie. Ich will Artillerie. Panzer sind von vorne, so gut wie unangreifbar. Also deutsch. Denken auch von hinten. Das stimmt. Habe ich mir einen Beutel gekriegt. Boah. Sowas Außenmäßiges, ne? Was ist das denn? Trefferwertung, kritische Trefferwertung, Ausdauerplatte. Herr Mützig. Wobei was ich gekriegt habe? Beweglichkeit, Ausdauer, kritische Trefferwertung. Ja, nein! Moff! Die leerle wildlife ist. Waaas, collapse in maencias sch mog tech ärgdществool? Waaas-macht machen ja, nein.. Ja, man kann ja hier trotzdem hier zum Questgebiet. Ashton, please pour me out. Let's find Chris. Wie ist es denn nicht, aber ich habe ja bald das Camp. Genau, vorne genau. Donut fest. Also wir haben schon wieder eine DPS.